Harry und Meghan haben eine Einladung bekommen, Weihnachten mit der Familie in England zu feiern. Sie haben jedoch abgelehnt, die Angst ist zu groß. Es sieht ganz danach aus, als würde Herzogin Meghan, 43, in nächster Zeit keinen Fuß mehr auf britischen Boden setzen. Während Prinz Harry, 40, in letzter Zeit wieder öfter in seiner Heimat gesichtet wird, bleibt die ehemalige Suitsdarstellerin der Insel fern. Auch für die Weihnachtsfeierlichkeiten ist kein Wiedersehen geplant. Eine Quelle verriet der britischen Zeitung Express, Harry und Meghan werden dieses Jahr Weihnachten nicht mit den Spencers oder der königlichen Familie verbringen. Es ist im Moment einfach keine Option. Grund dafür, die prekäre Sicherheitssituation des Paares. Harry hat Angst um Meghan. Seit Prinz Harry als Senior Royal zurückgetreten ist, wurde ihm der staatliche Polizeischutz entzogen, ein enormer Stressfaktor für den zweifachen Vater. Es ist immer noch gefährlich, und alles, was es braucht, ist ein Einzeltäter, sagte Harry offen über seine Sicherheitsbedenken. Deswegen werde er Meghan nicht nach Großbritannien bringen. Harry betonte, das sind Dinge, die mir echte Sorgen bereiten, so der Königssohn in einem Interview. Der 40-Jährige möchte offensichtlich kein Risiko eingehen, und schon gar nicht zur Weihnachtszeit. Die Weihnachtseinladung von Harrys Onkel Charles Spencer lehnten sie daher ab. Von König Charles III., 75, und Camilla soll es wohl keine Einladung zu den Feierlichkeiten gegeben haben. Ein Insider enthüllte gegenüber Express dazu, dass das Royale Weihnachtsessen wieder im Ballsaal stattfinden werde, nachdem es im letzten Jahr ein voller Erfolg war. Harry und Meghan werden dabei allerdings nicht auf der Gästeliste stehen.